ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Weil André so super gerne Spiele spielt mit mir und er sich wirklich eben extrem dolle gefreut hat, als wir diesen Buzzer aufgestellt haben, geht es jetzt auch direkt los mit unserem Spiel Drei Dinge. Es geht folgendermaßen, ich sage euch, nennet drei. Nennennennennenn zum Beispiel, dann habt ihr fünf Sekunden Zeit, diese drei Dinge zu nennen und dann müsst ihr hier draufdrücken. Jetzt kannst du draufdrücken. Oh Gott ist das aufregen! So, oh Gott! Nenne drei Musiker, die dich inspirieren. Block B, rhymeisol arier grande! Was? Also erzählen, erzählen, erzählen und dann, wenn du fertig bist, draufdrücken, ja? Okay. Okay, gut. Nenne drei Dinge, die du richtig eklig findest. Spargel, Ratten und Vogelspinnen. Okay, nenne drei rote Früchte. Das ist so unfair. Kirsche, Apfel, Erdbeere, Wasser, Drachenfrucht. Nenne drei Dinge, die die Welt zu einem besseren Ort machen. Veganismus, Umweltschutz und Kinderlachen. So, nenne drei Dinge, die man nicht ins Meer schmeißen sollte. Plastik. Flaschen, irgendwelche Dinge aus Plastik. Nenne bitte drei gute Gründe, bei diesem Song Contest mitzumachen. Engagement für eine Welt. Ganz, ganz viele neue Menschen, die man kennenlernt. Und interessant zu sehen, wie andere mit dem Thema umgehen. Eine Welt. Und jetzt noch die letzte Frage. Nenne drei Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann. Respekt, Liebe und Musik. Schneller, aber guck mal, wir müssen jetzt ein bisschen losgehen. Liebe, Freunde, gute Musik. Und mit diesem herzlichen Auf-den-Buzzer-Drucken verabschieden wir uns. Wheat,особ mobility ja rein. Genau, genau, genau. Fam,